Gut, du hast deinen Charakter erstellt. Also, viel Spaß mit dem Spiel. Alles klar. Stopp! Wenn du auf Start drückst, dann kommst du ins Menü. Okay, danke. Warum kann ich mich nicht bewegen? Drücke jetzt die Start-Taste, um ins Menü zu kommen. Ich will aber weiter... Rück Start! Okay, okay. Und jetzt? Wenn du jetzt B drückst, dann schließt du das Menü. Okay, und das musstest du mir jetzt extra zeigen, oder was? Kann ja sein, dass du das vergisst. Warum sollte ich das vergessen? Egal. Stopp! Was? Wenn dir das Spiel zu schwer ist, kannst du im Menü den Schwierigkeitsgrad runterdrehen. Ja, keine Ahnung. Ich hab aber noch nicht gekämpft. Stopp! Was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du das Haus da hinten? Du meinst das einzige Haus, das hier weit und breit steht? Da musst du hin. Ich mach dir einfach einen Pfeil dran. Den kannst du dann folgen. Mann, kannst du mich nicht einfach mal in Ruhe selber spielen lassen? Du willst den Season Pass kaufen? Was? Nein! Ich will einfach nur spielen. Weißt du was? Ich mach jetzt alle Hilfstexte aus. So, also... Hä, wie geht die Tür jetzt auf? Was ist denn das für ein Symbol jetzt da vorne? Ich brauch deine Hilfe. Geh ins Menü, da steht's drin. Ja, und wie geht man ins Menü?